Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Super Mario 64. Ja, der letzte Part für mich ist etwas lange her und ich hab ihn mir eben nochmal angeschaut und ich dachte mir nur... Wie kann man nur so dumm sein? Ich hab schon wieder mit Saves gespielt. Aber ich hab's euch geschworen, dass ich keine mehr mache, außer in wirklich dringenden Notfällen. Und das im letzten Part war ein Notfall. Wirklich. Und ich hab geguckt, der TT-Gamer, der hat in seinem Reloaded Let's Play zu Super Mario 64 auch Saves benutzt. Da muss ich mich nicht so schämen. Okay, ich weiß jetzt, wie man da drankommt. Und zwar müssen wir erstmal in den Kurs. Wir müssen aber nur den ersten Stern holen. Nicht alle. Denn dann passiert was. Will man sich den ersten Stern krallt? Ja. Hm. Wieder die Musik. Oh, endlich hab ich wieder einen Kurs, wo ich diese Musik hören kann. Sie ist wirklich die Zweitbeste meiner Meinung im Spiel. Also, vielleicht die Beste mit einem anderen Soundtrack, der aber wirklich genauso gut ist. Und dann sind wir auch schon da. Oh, Enter. Ähm, baue ich das U-Boot dieses Jahr. Da ist es. Oder irgendwie sowas hieß es. So, da oben sehe ich schon rote Münzen. Wenn wir in dem Kurs die roten Münzen machen müssen, haben wir bestimmt ganz viel Spaß da dran. So. Es gibt einmal eine schwere Variante, sich den Stern zu holen. Einmal die einfache. Die schwere ist da aufs Holz und dann den ganzen Weg hier so nach links, da wo die Münzen sind zu gehen. Aber der einfache ist, hier drauf, hier, ja. Das hat super geklappt. Okay. Und... Nein, irgendwie dann da hochkommen. Das ist wesentlich einfacher. Aber es ist doch nicht... Oh mein Gott. Kamera, please. Okay. Mann, warum schaffe ich das denn nicht hier? Kann doch nicht sein. Also der Tee hat auch mit selbst gespielt. Und ich sage jetzt in absoluten, absoluten, absoluten... Es reicht. Letzter Versuch. Es kann nicht sein. Okay, danke. Dann müssen wir eigentlich da die Blöcke auslösen. Da beim roten Ausrufezeichen, Schalter. Und dann hier drauf kommen. Aber... Ich kann's auch so. Ja, den ersten Stern haben wir geholt. Jetzt passiert... Was richtig krass ist. Das Wasser geht immer zurück. Und dann können wir in das Bowser-Level. Wenn Mario endlich mal Bock hätte, da reinzugehen. Danke. Okay. Das sieht meiner Meinung nach schon besser aus, als das Bowser-Level davor. Und wir werden auch hier... Äh, ja. Was war das? Was war das? Geh doch! Oh mein Gott. Werden wir hier die acht roten Münzen sammeln müssen. Zum Glück nicht die hundert Münzen. Denn nach dem letzten Part habe ich die Schnauze voll. Und da oben ist schon eine. Ich hab schon eine gesehen. Oh, ein Bulli. Oh, ein Bulli. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohohohoho. Okay, die erste. Rote Münze. Nein. Okay, da ist dann die zweite. Boah, die hab ich fast perfekt bekommen. Oh, oh, oh. Das bewegt sich, das bewegt sich. Und da ist schon die dritte. Und ein Up. Und hier ist die vierte. Also haben wir schon die Hälfte der roten Mün... Moment mal, wo ist die jetzt? Da unten. Habt ihr es gesehen? Ich mich wieder runter. Und zwar war die... Ich weiß, wer noch dran kommt. Und zwar so. Yes. Und wir haben keinen Fallschaden erlitten. Dank des netten Goombas. Warte, ich guck jetzt nochmal links. Was hier links... Äh, rechts. Was hier rechts ist. Ein Block. Oh mein Gott. Ich dachte jetzt eine ab. Aber egal. Nein, das gibt's nicht. Ich bin da... Oh. Ich bin daneben gesprungen. Okay. Ihr merkt vielleicht, ich bin... Fuck. Ein bisschen konzentriert gerade. Weil ich mich gerade irgendwie voll ins Zocken vertiefe. Okay. Dann geht der Kurs wohl hier oben weiter. Aber ich find ihn schon etwas leichter als den Bowser-Kurs davor. Weil man hier einfach nicht... Wenn man runterfällt, kommt man in die Lava oder auf einen normalen Weg. Und im letzten Kurs war es hier so, wenn man runterfällt, hat man zu 99%... Alter. Hat man zu 99% verkackt. Entweder fällt man hier in die Lava. Also, das ist hier viel einfacher. Und wenn ich jetzt endlich mal hin... Ich nehm alles zurück. Das ist kein Notfall. Das ist kein Notfall. Dieser Kurs. Ich bin einfach nur zu dumm, um da... Ich war zu dumm, da hochzuspringen. Kein Notfall soll heißen. Es gibt keine Safe-States für mich. Alter, bin ich ein Skiller. Hm. Okay. Spaß bei Sales. Ey, wo ist das Ding jetzt? Nee. Nee, Alter. Nee, das ist nicht gefahren. Okay, jetzt fährt das Ding. Da sind Münzen. Da sind Münzen. Eins. Nein! Gott, 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 Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, das Ding wäre schon oben, diesen Münzen. Nein, 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 nein. Ich bin so dumm. Aber da ist ein Herz, da ist ein Herz, da ist ein Herz. Da ist aber auch ein Gumba. Okay. So. Dank des Herzens haben wir jetzt wieder volle Leben. Skill. Doch kein Skill. Nicht Spaß. Ich wollte nur gucken, ob man durchs Loch wieder reinkommt. Nicht Spaß. Okay. Da rechts war ja das, äh, der Block, der uns nicht interessiert hat. An die Mönze kommt. Ja. Wir wissen ja jetzt, wie man da rankommt. Erstmal danke, dass du überhaupt so nett bist. Ja, die dritte. Dann. Rein, raus. Zack. Scheiße, wir haben Fallschaden erlitten. Aber dank des Herzens können wir das wieder gut machen. Ich bin viel geschillter als im letzten Part, weil mich das einfach aufgeregt hat. Und ich dachte mir, ich habe doch gesagt, ich spiele ohne Sales. Jetzt muss ich wieder Saves machen. Aber der TT hat es auch gemacht. Und der TT ist geil. Und wenn der das macht, scheint es ja nicht so schlimm zu sein, mir Sales zu setzen. Also echt in absoluten, absolutis Notfällen. Ich glaube, beim Schwören habe ich das auch gesagt. Nein. Gott. Ich dachte, sterbe ich wieder. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Okay. Wir müssen jetzt fünf haben. Oh mein Gott. Okay. Was ist da oben? Aua. Was? Was war das? War das ein Bug? Warum war... Ach ne, ich war unter dem Gitter. Scheiße. Scheiße. Alter. Oh, wieder für ein Part. Ein Level. Wälzt mich doch verarschen. Ich bin nicht der Beste, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Das ist krass. Nee, ein krasses Spiel ist echt der Lost Levels. Das... Also ich... In dieser Zeit, wo ich diese Part aufnehme, letztlich gerade die Lost Levels... Alter, das Spiel ist so krass. Nein! Ich schneide jetzt. Bis gleich. So, ich bin wieder hier. Danke. Und ich glaube, so auf dem Ding zu stehen und dann halt einen Sprungtritt auszuführen, ist die beste Taktik, um hier hochzukommen. Wo zum Teufel ist jetzt der Bulli? Okay, der ist irgendwo am Arsch der Welt gerade gestorben. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wie viel Rot haben wir jetzt? Fünf, ne? Da ist nichts. Oh mein Gott. Nein! Oh, ich bin so dumm. Ja, okay. Vielleicht ist da echt eine Rote versteckt. Deshalb gucke ich jetzt mal nach. Und nein, hier ist kein... Ach, guck mal, das bewegt sich. Das ist aber auch eben der Block so weit weg. Und jetzt kommt der Block wieder. Aber ich treffe ihn nicht. Aus... Alter, ich treffe den nicht. Ach, das ist egal jetzt. Das Spiel will nicht, dass ich den Block aktiviere. Das ist was Böses. Wo zum Teufel ist die sechste rote Münze? Ne, ernsthaft? Die ersten fünf waren so beieinander. Wo ist die sechste? Nein! Oh Gott! Okay. Nein! Nein, 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 nein! Bis gleich! Auf ein neues! Ich... Oh mein Gott, ich hab schon... Alter, ich hab so Angst, dass ich irgendeine rote übersehen hab. Das muss die sechste sein. Nein! Alter, ist das dein Ernst? Oh mein Gott! Die hab ich eben nicht gesehen, ne? Leute, die hab ich eben nicht gesehen. So. Und der hoch! Ich glaub's nicht. Warum geht der Spaß nicht der hoch? Okay. Und so. Ja, geht doch. Okay. Ich setz mal hier kurz in Safe State, weil ich nicht weiß, was da drüben ist. Ungefähr deswegen. Hier scheint nichts zu sein. Da ist die siebte rote! Alter! Na! Oh mein Gott, ich kann das mit Wandsprung machen. Nein! Gott! Damn it, ey! Was ist dein Ernst? Ich hab eine übersehen. Ich hab ernsthaft eine übersehen. Wo kann die letzte rote denn sein? Ey, ernsthaft? Wo ist die? Alter! Nicht im Ernst! Oh fuck! Der Safe war scheiße. Ah, es ist alles hart. Vielleicht hab ich auch eine beim neuen Spielen nicht eingesammelt. Nee, hier ist die. Oh Leute, wir haben die acht roten Münzen wenigstens. Wenn das mal... Ah, hallo. Yes! Hab jetzt keine Safe States. Ah. Weil ich hab die nur benutzt, um jetzt zu forschen. So. So, jetzt aber. Man könnte hier auch eine 100 Münzen-Mission machen, aber zum Glück gibt's die in Bowser-Level nicht. Wenn schon, wäre das... Nee, ne? Nee, ne? Alter! Ey, das ist so krass jetzt gerade. Ich bin so am Zittern. Ich hab Angst wegen nem Feuerding. Alter, ich bin so am Zittern. Nein! Oh Gott, das ist... Hoho. Danke. So. Alter. Jetzt bitte ohne Fails. Ich sagte... Bitte. Fails. Okay. Okay, okay, okay. Fuck, 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 fuck. Alter, bin ich dumm. 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 Fuck you all, fuck you all, fuck you all, fuck you all. Okay. Yes, yes, yes. Und jetzt mit Wandsprung zum Stern. Ja, es klappt super. Am Immolator sind die Wandsprünge etwas, ja, schwer. Okay, jetzt kann ich von mir aus sterben. Hauptsache, ich muss die acht Roten nicht mehr sammeln. Ich kann jetzt sterben. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass das wirklich passieren soll. Bitte nicht. Nein! Gott, 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 Gott. Oh, oh. Alter. Jetzt habe ich nur ein Leben. Oh, was willst du denn schon wieder, du Hurensohn? Also 52 Sterne haben wir jetzt. Ah, das war der, das war der, das war der Kampf, das war der Kampf, das war der Kampf, das war der Kampf, ich hab verkackt. Super. Super. Ah, ich mispawne hier. Oh, wie nett. Gott, ich dachte, ich muss das ganze Level nochmal machen. Ich dachte mir schon, ist das jetzt nur in der DS-Version gewesen oder auch schon in dem Spiel? Auch schon in dem Spiel, die Wachnetz und ich habe immer noch 52 Sterne. Alter. Alter, 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 alter. Ich kann nichts mehr machen, 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 ich kann nichts mehr machen. Der macht irgendwelche heftigen Sprünge, die er nicht machen soll. Was? Der portet sich. Der ist ja un... Alter, ist das ein unfairer Kampf. Ich misch mich auch... Ich hätte mich jetzt weggeportet. Ja, komm, wie schnell ist denn der? Oh mein Gott. Ey, den kriegst du nie mal. Okay. Alter, der dreht sich sofort. Ich hatte ihn fast... Ich glaub's nicht. Alter. Das ist so ein Assi. Das ist... Kann ich da eigentlich runterfallen? Stimmt, kann ich da runterfallen. Aua. Alter, ist das ein Assi. Mann, das ist voll der Assi. Oh Gott, ist dir anstrengend. Haha. Mann, ist der anstrengend. Okay. Oh my god. Okay, das ist wirklich einer seiner heftigsten Attacken. Aber wie der einfach mal sich... Genau das meine ich. Guck mal, jetzt hab ich schon wieder die Hälfte meiner Leben verloren. Nur weil er so... Was? Ich hat's doch. Ich hatte die doch am Schwanz. Nicht zweideutig nehmen. Yes. Okay, jetzt muss ich... Irgendein Talent mit den Knöpfen... Oh Gott. Das ist so schwer mit der Tastatur. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein. Alter, nein. Alter, wie hab ich den Sprung gemacht? Ich muss warten, bis der Feuer... Ja. Hat sich erledigt. Ich hatte ihn am Schwanz und ich hab's versaut. Verdammt. Aua. Ich will gucken, ob man da rüber kann. Und wieder... Oh, stimmt. Wir haben ja heute zwei Sterne geschafft. Okay. Aber ich glaub, dass oben noch ein Hase ist. Wir können auch schon den dritten Stock weg. Wir haben ja schon über 50. Alter, nein. Alter, ist der krank. Nee, ich bin daneben gesprungen. Nee, Alter. Nee. Yes. Yes. Oh, Kamera, du bist so scheiße gerade, ne? Ich sollte ihn wohl eher so links abwerfen. Ja, ungefähr da. Unge... Nein. Fuck, Alter. Die Kamera war aber auch schlecht. Da dreh dich noch öfter an der Stelle. Der ist assi. Also wirklich, der ist assi. Yes. Okay, da vorne. Nein. So früh. Nein, Alter. Der Boss ist anstrengend. Ich muss ihn doch nur gegen diese eine Kugel. Und dann hab ich's doch. Was ist daran so schwer? Wreck. Ernsthaft. Oh, nein. Das war knapp. Okay. Aua, 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 aua. Böser, 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 böser. Pack ihn doch. Bist du gestört? Ich hatte ihn doch. Okay, er ist relativ nah am Dingen. Spuck doch Feuer. Idiot. Oh ja, oh ja, das war sehr entzieht. Jetzt spuckt er Feuer. Okay. Och, komm, Wreck. Das musst du jetzt bitte schaffen. Nein! Boah, jetzt wirf doch einmal. Richtig. Alter. Wie knapp war das denn vor der Lava? Boah, nee, alter. Ich dachte mir jetzt ster... Bitte. Bitte. Hab ich jetzt zum Notfall gemacht? Es reicht. Sorry. Yes! Yes, alter. Yes. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hab's geschafft und dachte, jetzt kann ich machen, was ich will und fall darunter. Ey, das wird ein Epic-Szenen, ich sag's euch. Alter, nein! Ich hab's geschafft und dann versaue ich's durch pure Dummheit. Nichts Showdown gebaut sind, alter. Oh, meine Arme fallen gleich ab. Ey, das ist so schwer am Emulator. Yes! Du fucking Bowser, alter. Du Assi, alter. Oh, du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ey, warte. Am höchsten Punkt des Schlosses auf, der ich dort werde, wie selber stärker ist. Boah, alter. Ich bin schon heiser. Skilliger kann man sich den Stern nicht holen. Jetzt möchte ich euch noch einen Bug zeigen. Yes! Alter, wir haben heute zwei Sterne geholt. Und null Münzen. Aber ja, das lag daran. So, wir haben 52 Sterne. Wir können jetzt in den zweiten und in den dritten Stock. In den zweiten, weil wir 30 haben. Und in den dritten, weil wir... Äh, weil wir... Obwohl, das ist der erste Stock. Das hier ist ja Erdgeschoss. Ja, also er ist der schon ganz zweiter Stock. Hier können wir jetzt rein. Und hier gibt es auch einen Glitch. Deshalb setze ich hier einen Safe State um euch. Und zwar muss man... Man geht ja... Warte, hier ist Safe State. Man geht ganz regulär so nach oben. Aber es gibt einen Glitch. Da kann man irgendwie einen... Irgendwie einen Dreiersprung ausführen. Und dann ist man oben. Wie ging das denn? Ich hab das... Ich hab nur die DS-Version gespielt. Und da ging das nicht. Ah, Gott. Ah, ich kann den Glitch grad irgendwie nicht aus... Ach, dann ist scheißegal. Jedenfalls mit einem Dreiersprung glitscht man sich durch die Wand und ist auf einmal hier bei der Tür. Okay. Hier sind ganz viele Kurse. Das ist aber kein Kurs. Also einige Porträts sind halt Kurse, einige nicht. Und wenn man 50 Sternen hat, kann man auch hier rein. Aber hier erwartet uns kein Boss. Das ist ja... Das Schlimme. Hier gibt es keinen Boss. So. Ah, guck mal. Ein Toad. Gibt der uns einen Stern? Ja, tut's er. Aber ich mein, wir haben doch nicht alle Toads gefunden, oder? Haben wir jetzt alle? Keine Ahnung. Und zwar muss man... Kann man... Hier gibt es das Rätsel der unendlichen Treppe. Zum Öffnen der Tür. Zum freundlosen Vergnügen. Benötigst du 70 Sterne. Aber wir können da schon rein. Denn die Treppe ist endlos. Aber nicht mehr, wenn man 70 Sterne hat. Aber man kann einen Glitch auslösen. Ich weiß aber nicht, wie der geht. Irgendwie... So. Warte. Irgendwie so. Muss man das machen? Ich hab das aber noch nie geschafft. Und ich hab auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Die Treppe ist unendlich. Und um diesen Glitch auszulösen, muss man irgendwie so, so... Dann so, dann so, dann so, dann so, dann so... Keine Ahnung, wie man das macht. Ich kenn mich damit nicht so aus. Am besten laden nochmal. Vielleicht zeige ich den auch irgendwann mal auf meinem Meebo. Weil ich echt keine Ahnung hab, wie man den ausführt. Ne, Leute, keine Ahnung. Hier sind überall Bowser und Peach-Bilder. Einige kennen bestimmt den Glitch. Und wissen auch, wie der richtig auszuführen ist. Ich guck nochmal nach, wie man den wirklich ausführt. Aber ich meine, das war... So. So war das doch. Alter, wie ging das? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, es hätte beinahe geklappt. Ich hatte grad so ein Gefühl, dass es beinahe geklappt hat. So, oder? Kann das sein? Ja, irgendwie so. Muss man oder einfach ganz Zeit rückwärts springen. Kann auch sein. Ja, irgendwie so gegen der Glitch. Und zack, dann waren wir ganz oben bei Bowsers letztem Level. Keine Ahnung, was man genau dafür machen musste. Ich werd noch mal recherchieren. Und dann euch im nächsten Part sagen, was man genau dafür machen muss. Weil ich grad keine Ahnung hab. Vielleicht kann's dir einer in die Kommentare schreiben, was ich falsch mache. Jedenfalls würde ich mal sagen, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Und ich recherchiere noch nach dem dritten und letzten Toad. Der uns noch einen Stern geben soll. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.